Ja Mensch Ah sogar zwei Kisten, sehr schön Hohle ich mir eine direkt mal Tada Ich wollte sagen, das sieht doch sehr Oh nein, oh nein, bitte lass das nicht das sein Na, das ist so ein Ding Es ist das, auch nö Aber das kommt erst später Das sieht sehr nach einer Falle irgendwie aus mit der Kiste Ich stehe da viel zu schön Viel zu auffällig Und ich kriege sie tatsächlich nicht Ja Fahr ja klar Oh Schlüssel, wir kriegen trotzdem was Schlüssel, ich mach das sehr schön Wir müssen zwar kämpfen, aber mein Gott Sonst machen wir irgendwie nur schon Das ganze Let's Play Hör doch mal auf Ah! Sterbt! Ihr gleich mit, ist mir egal Oh Gott! Ich schreibe jetzt erstmal hier auf Oh hey! Oh buddy, komm ran! Ich weiß nicht, ob ich für den Kopf vielleicht noch so gekrenzt Wenn ich jetzt noch Zeit hab, weil Äh Der Boden, so lange die Momisch rum weg bricht Der Boden, so lange die Momisch rum weg bricht Hilfet ihr raus! Oh nein! Geh weg! Ich will das Rätsel nicht! Geh weg! Ich weiß nicht welcher Arsch sich dieses Rätsel ausgedacht hat Geh weg! Geh weg! Dieses Rätsel hasse ich wie die Pest Es ist im Prinzip wieder andere Raum Es ist relativ einfach, wenn man weiß was man machen muss Aber ich weiß es nie Da sind nämlich Portaldinger Und hier sind quasi Gewichte Und die gehen, je nach Gewicht gehen die Horen runter Und ich muss halt irgendwie nach da oben Ähm Ich fang erstmal da mit an So Dann mach ich das jetzt mal ganz blöd Mach ich einfach mal das Weil ich hab keine Ahnung was ich mache Ja Ja Ich muss erstmal Air drücken statt E Ich mach einfach mal probeweise Hebe ich das hier rein Das könnte sogar fast richtig gewesen sein Warte mal Warte mal Das könnte ja fast sogar richtig gewesen sein Weil das ist grad so schön Muss das da hin Und das Ja, nur leider wollte ich da nicht durchfallen Sondern das Ding sollte da durchfallen Ich weiß noch nicht warum, aber ich möchte das jetzt mal so machen So, ich möchte dann Sagen wir mal Wenn ich jetzt das Ding Da jetzt in das andere schiebe Müsste das hier doch hochgehen und mich da oben absitzen, oder nicht? Wenn ich mir das mal so denke Wenn ich mir das mal so denke Nein, ich muss auf das Dach von dem hier scheißen Scheiß und Dreck, okay Das heißt ich muss das hohe erstmal runterkriegen Weil ich muss auf das Dach von dem ganz Großen Oh ja, ich stimm mir ins Ohr krieg Da steh ich drauf So Dann geht das runter Ich mach das mal andersrum Wenn ich jetzt Da eins hin mache Und mich jetzt mal so ganz blöd Hier auf das Ding vielleicht drauf stelle Wenn das geht Ich mach mich da hoch vielleicht Warte mal Da hoch, so Und will dann das da hin haben Das funktioniert doch schon mal gut Das funktioniert doch schon mal gut Und jetzt möchte ich Wenn ich meine Portale gerne weg machen Aber ich möchte jetzt mal Da ins haben Und ich möchte dann Da ins haben Und hier hoch springen Ha, dann geht das doch Ja, Mensch Easy Es war alles geplant und gekonnt Das Rätsel ist wirklich gar nicht so schwer Wenn wir ein bisschen drüber nachdenken Wenn ich will, ich einfach planlos irgendwelche Sachen hin und her schiebe Ich will nehmen die Käse mal mit Wer weiß, ob wir die nicht gleich noch brauchen Sonst Na komm Mach auf Vielen Dank Ich weiß gerade irgendwas zu erkennen, ob da Wenn man welchen welches Gesicht erkennen kann Aber es ist einfach nur Muster sein Aber es sieht cool aus Huuu Sehr verheißungsvoll auch immer die ganzen Leuchtenden Schädeln hier, die so eingebrannt sind Äh Ich sollte erstmal die Waffe wechseln Oh, eine Kiste Oh, ich habe auch ganz vergessen zu gucken Wo hier Vorratssuche ein Gegenstand der Dämonen, der die Lage aller Truhen im Umfeld auf der Karte enthält Ähm Kann man gucken nicht, dass ich das hier verpasse Ich habe auch ganz vergessen zu gucken, wo hier das Rüstungsteil ist, ne Für die Abgrundrüstung Das weiß ich gar nicht, wenn ich brauche das Da ein großes Da reicht ein kleines Dann fliege Wohey, fliege ich Ich kriege eine Kiste Ah Oh Alles gekonnt War so geplant Ich mach mal das hier Und fahre auf zu Oh, sieh nur Ja, mal wieder Robocop Interessant, wie wir jetzt da hingeportet sind Robocop Ja Ja, du bist wach, das ist okay Achja, das war ja bei dem so, achja Da Da sind die Dinger nämlich noch zu Hau mich Hau mich Hau mich Aua Kann ich eigentlich jetzt hier einzeln machen? Aua Kann ich jetzt da einzeln machen? Da kann ich auf eins immer nur Nein, das geht sogar Kann also in ein Teleportationsfeld auch zwei Portale reinmachen Interessant Amoklauf Amokrogo Tududu Hau mich Zerquetsch mich Los Schaffst du eh nicht Aua Na Jetzt mach das Portal dahin So, geht doch Tudududu Tududu Tududu Amoklauf Er ist so böse Er ist so wütend Na los, Digger Hau mich Hau mich Hau mich Schön, dass er mich trotzdem immer trifft Einfach Legt jetzt nicht der andere drauf Oh, funktioniert Ist mir egal Tududu Stirb, 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 stirb Na komm, jetzt brauchst du die Framerate aber auch nicht einbrechen Was ist denn das? Komm mal auf hier Sag mal Spiel, was soll das denn jetzt? Der Kampf war einfach so episch Das macht die Framerate nicht mit Wir haben eben nur 40 FPS gespielt, jetzt chill mal bitte Chill mal bitte deine Möpse Haben wir hier eigentlich noch was? Eigentlich wird mir hier sogar noch ne Karte angezeigt Äh ne Karte, ne Truhe Ich guck mal kurz Ähm Wahrscheinlich gehört das dann einfach hier mit Hier mit dazu glaube ich, hoffe ich Und Spiegel Spiegel sind toll Wo ist die Kiste? Ich will die Kiste Wo ist die Kiste? Kiste, Kiste Ähm Ähm Moment Ich glaube ich muss Alles Glaub ich Oh, ich hab den vergessen Sala Ja Gott Hallo Framerate Benimm dich mal bitte Das geht doch so um mich Glaub ich Glaub ich jetzt eigentlich, war das jetzt die... Nein, die Kiste hab ich immer noch nicht Muss mal kurz auf der Kiste gucken Ich will diese Kiste haben Ich weiß nicht, wie ich die Kiste kriege, aber ich will sie haben Wah, wah, wah Komm auf hier So Die müsste theoretisch hier sein Mach mal auf Spiel, beruhigst du dich jetzt bitte mal wieder? Es kann auch sein, dass eins oben drüber ist Oder so Von hier komm ich nirgends vor hin Ja Ich guck grad nochmal, weil ich will diese Küste haben Jetzt, wenn ich ja schon sehe, was ich verpasse, will ich's auch haben Oh, das war verwirrend Also ist nicht hier, okay Die Tür ist jetzt hier auch zu Wie.. wie komme ich denn an diese Kiste? Hhhhhhhh Nein, jetzt! Hör mal auf! Ich muss mal hier... Mach mal, mach mal Schluss hier. Oh, Moment! So, da sind wir wieder. Ich hab auch mal die Chance gerade genutzt, kurz, um nach dem Rüstungsteil zu gucken. Aber das kommt erst später. Ich will diese Kiste haben! Diese Kiste! Wo ist diese Kiste? Okay, ich muss erst mal den hier machen. Dann mach ich mal den da. Wo ist das Ding im Weg? Okay, wir müssen erst mal runter. Jetzt! So. Ich weiß nicht, welches von denen das überhaupt muss. Das hat sich schon mal keinen Sinn. Okay, warte mal. Warte mal, warte mal, wir machen erstmal das Ding im Weg. Nein! Mach das noch mal! Mach das noch mal! Toll! Jetzt zieh ich genau in die falsche Richtung. Jetzt zieh das noch mal. Meine Fresse, diese Dinger hier. Ja, stöhnen noch ein bisschen. Oh. Das Ding hat nicht mal... ...'n Spiegel dran. Hab ich denn sonst noch in so'n rundes Portal-Ding? ...irgendwo? Da stell ich mich einfach nur blöd an gerade. Ach nee, so. Okay. Das heißt, ich muss das und das. Und dann könnte das sogar schon fast klappen. Ähm, jetzt müssen wir das nochmal von hier unten sehen. Tschuuu und Tschuuu. Haha! Gretelmeister. Da möchte ich auch nicht runterfallen unbedingt. Äh. Naja. So. Dann mal wieder zurück. Kämpfe? Nein? Gut. Machen wir direkt mal... ...das Portal. Machen wir direkt mal das. Und müssen dann hier wieder zurück. Und müssen... So. Ja, Mensch! Wer kann? Der kann! Und das nehm ich mir direkt mal weg. Shit. War echt zu langsam. Ich mach das erstmal, bevor ich's gleich wieder verpasse. Weil am hinteren haben wir jetzt hier noch ein paar Teile. So, ich mach das hier... Hallo? Ich mach das hier weg. Wenn ich dann jetzt gleich ein neues mache, ist das auf jeden Fall das Richtige. Die Kiste nehmen wir mit, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht brauchen. Die andere nehme ich auf mit, auch wenn wir sowas von nicht brauchen. Weil wir hier eh nicht mehr hinkommen. Ich sollte aufpassen, dass das auch richtig ist. Sonst wär ich nämlich jetzt beispielsweise in den Abgrund gefallen. Ich wär fast reingesprungen einfach. So. Das ohne Kampf. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich nehm' mir erst mal das. Wo komme ich denn da rüber? Ich glaube, ich muss die Dinger von hier, also von da drüben aus aktivieren. Oh, da komme ich nicht dran. Schade. War ein Versuch wert. Ähm... Ich wollte schon sagen. So. Das Gefühl, da lädt manche Steine gar nicht. Eins. Zwei. Drei. Und wie das jetzt sind? Das geht da hinten auf das Portal. Seh' ich nur grad nicht. Okay. Okay. Okay, wir machen das, wir planen das jetzt mal ein bisschen. Wir haben jetzt da hinten das Portal offen. Dann machen wir hier das Portal direkt mal offen. Und warten, dass wir wieder da rüber kommen. Da geht das auch von hier hoch. Und hier aus. Nö. Nö. Ja. Da hat schon wieder keine Steine geladen manchmal. Das ist echt seltsam. So. Jetzt mache ich die zwei nämlich mal ins Visier. Den mache ich manuell. Und jetzt? Klappt das doch. Was ne Geburt. Was ne Geburt. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ich lasse mich hier jetzt gleich abholen. Ne Moment, warte mal. Das reicht glaube ich nicht. Ich wollte jetzt schlau sein. Nein, da knütze ich das Portal. Das andere auch zu ist. Schade. Mist. Egal. Braucht ich jetzt gar nicht mehr, weil ich jetzt hier lang laufe. Komm mich ja hier an die Dinger dran. So. Ich hoffe, dass der die Portale wieder zumacht, wenn man da runterfällt.